Ja, willkommen zurück. Wir ersetzen noch ein bisschen... ...ein bisschen groben Urwald. Aktivisten, dürfte ich jetzt auch mal weitermachen? Genau, wieder gehen die Aktivisten. So ist es nicht. Brauchst du jetzt nicht unbedingt. Haben wir die noch ein bisschen kleiner? Nö. Nö. Wohin? Das da hinten, das da. Genau, dass wir hier so einen kleinen Weg zwischendurch haben. Hier habe ich gesucht. Ich wollte jetzt noch hier hinsetzen. Ich glaube, die fühlen sich so ganz wohl. Hm. Gefallener Baum. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was die Lassen nutzen können. Die sollten Tierpfleger noch einstellen. Oh Mann. Tierpfleger. Zwei Stück. Bereich vier. Oh Mann. Oh. Oh Mann. Vielleicht will ich die Steine nochmal ein bisschen mit aufgreifen. Na, da. Gut, haben wir jetzt noch was, was flächendeckend ist. 60, das ist ja groß, ne? Na? Na, dann muss das Geld mal wieder nach oben gehen. Boah, ich seh nix. Das war ne andere Idee. Gut. Moment. Wieso muss ich jetzt mal einen Gorilla schnappen? Äh, einen Uran-Utan. Zack. Wir haben Oberfläche. Genau. Genau. Wir brauchen Fels. Wir brauchen das. Genau. Na, ein Stück nach vorne, danke. Jetzt will ich hier so einen kleinen Pfad zwischen sitzen. Ich kann mir das auch richtig neckisch vorstellen hier. Jetzt gucken wir mal, wie viel Grün wir hier noch reinsetzen können. Ein bisschen mehr Struktur bekommt. Bis wir irgendwie mal hier so am Ende sind, ne? Ja, ein bisschen. Ein bisschen können wir noch. Ja, sieht ein bisschen lebendiger halt dann aus, ne? Genau. Man kann nicht so Grün setzen und hat einen quasi braunen Untergrund. Ja, sehr schön. Hast du das Gefühl? So. Die Ferner ist natürlich auch so ein bisschen. So meine Landzunge. Gut. Ach, da haben sie schon fortgepflanzt. Ja, sehr schön. Das sieht doch gut aus. Ein bisschen was können wir noch. Wir können die Eigenschaften ausnutzen. So. Dass wir hier auch noch vielleicht so ein paar grünen Akzente reinsetzen. Genau. Ja. Wichtig ist, dass wir alles ins Wasser geschmissen haben, ne? Ja. 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 Genau. Genau. Dennoch werden wir noch die Schilder setzen. Oh isch. Ja. Sollte das eigentlich echt ganz geil sein... Gut. Ja. Schön, wir sind ans Limit ran. Eine kleine grüne Landzunge, sehr geil, mit der Nährforschung abgeschlossen. Ist das eigentlich das hier? Gürteltier. Das ist komplett verrottet. Sehr geil. Gürteltier. Guck mal gleich mal rein. Das Gürteltier. Gürteltier ist weg. Wohlbefinden. Was habt ihr denn? Bei Täter-Mahlzeit. Na denn, räumt doch mal auf. Sauberkeit. Sauberkeit von Müssigkeitszufuhr. Stark verunreinigt. Moment. Moment. Was lässt sich ändern? Wir halten hier mal ganz kurz an. Wenn wir jetzt hier frisches Wasser reinsetzen. Äh, nein. Aber das sollte ja nicht, ähm. Nicht allzu stark. 50%. Hängen wir jetzt drinnen? Wir hängen jetzt drinnen. Wählen. Das machen wir jetzt nochmal ein kleines Stück anders. Was ist das jetzt? Oh, jetzt sind wir ja, glaube ich, da drinnen. Zack. Jetzt kommen wir ja mal wieder. Naja, nicht schlimm. Müssigkeitszufuhr dürfte jetzt nicht mehr stark verunreinigt sein. Na? Habt ihr es? Wir haben hier frische, frische Wasserfläche. Wollt ihr jetzt mit drinnen hängen? Oder sollte es funktionieren? Gut. Gut. Haben wir Tiere, die wir loswerden können. Ähm. Riesenbockkäfer. Warum sterben die mir weg? Riesenbockkäfer. Die holen wir gleich mal neu rein. Ich muss nach Tiere gucken, die ich loswerden kann. Die Hege. Nilwaran. Nilwaran. Ganz ehrlich. Stark. 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 Ähm. Ähm. Verhalten wir. Ii, aber der Rest kann weg. Wie Kaimane. Ähm. Da müssen wir ja auch etliche von haben, ne? Hm. Koalas. Äh. Koala. Äh. Koala. Rotes Riesentier. Ich würde sagen, euch beide behalten wir. Den Rest verkaufen wir. Gunk. Gunk. Okay. Gunk sortieren wir mal aus. Wir behalten dich, ich, ich. Ist zwar schon älter, aber ich hoffe, das funktioniert. Nein. Mal gleich Waschbär noch mal gucken. Ich hoffe, die Züchten noch mal nachkommen. Zack. Einmal alle. Raus. Sicht behalten wir. Sicht behalten wir. Der Rest schnell handeln. Ege. Wallaby. Was haben wir denn? Rotnacken Wallaby. Behalten wir, behalten wir, behalten wir. Der Rest schnell handeln. Capybara. Muss es mal sein, ne? Das gehört halt mir zu, wenn man riesengroße Tierbestände hat. Zack, zack. Er ist mal weg. Was haben wir noch? Ne, war ran? Haben wir schon. Aua haben wir schon raus sortiert. Haben wir schon. Das möchte ich ungern ran. Null. Wombat haben wir null? Okay. Da müssen wir ran. Am Wombat. Wir brauchen Wombats. Wombat. 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 Ne? Komm schon. Kommen. Kommen sie. Nacktnasen wollen wir mal zack, 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 ein Zoo senden. So, was haben wir denn noch nicht? Pinguine. Welche Pinguine waren hier mal drin? Oh, die habe ich echt ausgerottet. Welche Pinguine hatte ich denn mal hier? Keine Ahnung. Nichts, Pinguine? Habe ich nicht mal ein Schild? Müssen wir mal reingucken. Ist die ja noch. Pinguine, da setzen wir irgendwelche Pinguine hier rein. Du Heiland. Pinguine mehr. Was ist denn hier kaputt? Pingu... Willen oder Königspinguine? Ich glaube, Königspinguine hatten wir hier. Oh Gott. Okay. Kaufen. 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 So, dahin. Deswegen ist es wichtig, da öfters mal reinzugucken. Leistenkrokodil habe ich auch noch so eins. Ähm, was war denn drinne? Wir haben... Hä? Handelszentrum. Okay. Haben wir noch welche im Handelszentrum? Gut. Leistenkrokodil. Schmeißen wir mal alle rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao.